Hallo und herzlich willkommen bei Investing Grow. Mein Name ist Christopher. Im heutigen Video zeige ich dir meine T-Shirt-Business-Einnahmen über den vergangenen Monat, sprich für den Juli 2023. Und wie ich das vor kurzem auch in meinem letzten Einnahmen-Video gezeigt habe, stecken wir gerade mitten im Sommerloch. Und bei mir ging es noch ein bisschen steiler bergab, weil ich einfach aus einem richtigen Hoch komme. Und ja, den ganzen Vergleich, wie das so gelaufen ist, auch im Vergleich zum Vorjahr, alles in diesem Video. Ich konnte zum Glück das Sommerloch ein wenig abfangen auf dem deutschen Markt. Dazu gleich mehr. Ansonsten wünsche ich natürlich viel Spaß bei dem Video. Und wir springen jetzt direkt rein in meinen Merch-by-Amazon-Account. Und los geht's wie immer auf dem japanischen Marktplatz. Hier hatte ich im vergangenen Monat fünf Verkäufe zu 1425 Yen. Hier natürlich keine Werbung geschaltet, weil es einfach nicht möglich ist. Gehen wir rüber auf den spanischen Marktplatz. Hier habe ich insgesamt 27 Verkäufe gehabt zu 91,53 Yen. Und natürlich hier auch die Werbekosten in Höhe von 71,65 Yen. Also knapp 20 Yen damit verdient zu einem 32 Yen. Okay, naja, nicht wirklich befriedigend. Auf dem italienischen Marktplatz hatte ich 18 Verkäufe im Juli und zu 56,75 Yen. Wir schauen uns noch die Werbung dazu an. Das sind alles die Sekundärmarktplätze. Die wiegen nicht so schwer bei mir in meinem Account. Und zwar habe ich hier 25,26 Yen ausgegeben für sieben Bestellungen. 22 Yen auf dem italienischen Marktplatz. So, gehen wir rüber auf den französischen Marktplatz. Hier hatte ich sechs Verkäufe zu 20,46 Yen. Und was habe ich denn hier ausgegeben? 11 Yen zum Akkurs von 77 Prozent. Beziehungsweise 78 Prozent. Für eine Order ganz am Anfang des Monats. Ui. Naja, gut. Ist nicht mein Lieblingsmarktplatz, wie gesagt. Aber ja. So, dann gehen wir zum UK-Marktplatz. Also die Briten. Hier hatte ich 14 Verkäufe. Das ist schon ordentlich runtergegangen. Zu 59,87. Da kann ich mich erinnern, hatte ich im Juni und im Mai natürlich mehr Sales. Und auch hier ein Adspend von 8,56 Yen für eine Order. Ein Akkurs von 60,45 Yen. Ja, ich habe sogar mal Tage dazwischen gehabt, wo ich kein Adspend hatte. Ja. Also es ist für mich immer noch ein großes Fragezeichen auf dem britischen Marktplatz. Ja. Dann jetzt ein kleiner Switch. Und zwar ich, ja, ich zeige dir am Ende erst den stärksten Marktplatz. Und das ist in diesem Monat der deutsche Marktplatz. Also im Juli. Deswegen gehen wir jetzt als vorletztes auf den US-Marktplatz. Und hier komme ich insgesamt auf 759 Verkäufe. Zu monetär 2.779,15 Dollar. Dann das Spannende. Was habe ich denn eigentlich in Werbung investiert auf dem US-Markt? 1.794 Dollar. Ich habe hier leider so einen kleinen Bug mit dieser Anzeige. Ich kriege die Anzeige in der Werbekonsole nicht weg. Diesen Tipps irgendwas. Ja, ist so ein bisschen verbuggt gerade. Aber ja, man kann es lesen. Also ich habe knapp 1.800 Dollar investiert auf dem US-Markt im Monat Juli. Für 359 Verkäufe. Zu einem, ja, respektablen Akos von 24,53%. Okay, also könnte um einiges besser sein. Gerade so die letzten Tage waren aus, ja, man sieht es hier. Die Schere geht wirklich weit auseinander. Die Orders gehen runter. Der Adspend geht hoch. Genau so soll es eigentlich nicht aussehen. Ansonsten war es Mitte des Monats eigentlich ganz okay. Hier am Anfang des Monats ein bisschen stärker. Ja, schwierig einzuschätzen. Wie gesagt, das Sommerloch ist voll da und hat auf US für mich persönlich komplett eingeschlagen. Ja, wir zeigen, also ich zeige dir mal den Vergleich zu den Vormonaten. Und ich werde noch ein bisschen was dazu sagen. Und zwar, ich hatte ja rund um Vatertag hatte ich wirklich richtig gute Sales. Also auch schon vor dem Vatertag im Juni. Und, weil US ist ja der Vatertag im Juni. Und zwar, ja, siehst du hier, im April hatte ich ja schon 1000 Sales auf dem US-Markt. Dann 1400 knapp und dann 1300. So ein bisschen wieder runtergegangen. Gerade in der zweiten Hälfte vom Juni ging es dann wirklich ein bisschen stärker runter. Und das konnte ich leider im Juli nicht abfangen. Ja, also dieses Event fehlt mir ganz einfach im Account. Und das hat mir auch wieder gezeigt, es ist schön und gut, so ein paar Events mitzunehmen. Ja, so ein paar Gewinner zu haben. Aber so grundlegend das Hintergrundrauschen ist ganz, ganz wichtig. Was meine ich mit diesem Hintergrundrauschen? Und zwar Evergreens. Ja, wenn du Designs hast, die sich wirklich das ganze Jahr über verkaufen können. Und nicht einfach nur zu irgendeinem Event, was vielleicht im nächsten Jahr gar nicht mehr so trendet. Also oder Trends zum Beispiel. Und nehmen wir das mal als Vergleich. Wie habe ich denn eigentlich jetzt im Vergleich zum Vorjahr im Juli abgeschnitten? Und hier kann man sagen, okay, von 327 Verkäufen bin ich auf 759 Verkäufen. Und auch hier im letzten Jahr siehst du auch ein Sommerloch. Im Juni ging es noch ein bisschen nach oben. Das war auch für mich wieder ein Männertag, glaube ich, oder Vatertag. Und im Juli hier ist dann komplett diese drei Monate, also bis in den September ganz leicht hinein, ist für mich Sommerloch auf dem US-Markt. Und das habe ich in diesem Jahr ganz einfach rausgerissen. Wie gesagt, ich habe etwas getroffen. Das hat sich sehr gut verkauft. Teilweise sogar auf UK, beziehungsweise auch auf TeePublic hat sich das auch relativ gut verkauft. Und deswegen gab es dann so einen riesigen Sprung. Und was ich aber sagen möchte, diese Entwicklung jetzt über das Jahr hinaus ist noch relativ normal. Also ich habe das schon gut abgefedert. Ich habe eine gute Entwicklung insgesamt. Aber ich kann natürlich das hier. Das muss man leider ein bisschen glätten. Das ist ein Ausreißer. Aber sonst in dieser Geraden bin ich noch in der Normalkurve für mich persönlich. Deswegen vergleiche ich das nicht unbedingt mit dir selbst. Du kannst ganz andere Wachstumszahlen haben. Vielleicht hast du es verdreifacht oder vervierfacht. Oder meistens bist du dann in einem kleineren Tierlevel. Ganz einfach. Da hast du größere Sprünge. Und ja, deswegen. Also das muss man schon ein bisschen sacken lassen auf jeden Fall. Ja, aber ich sehe hier großartiges Potenzial. Gerade jetzt für den Oktober. Da geht es für mich wieder ab. Also jetzt noch den August überstehen. Den September für mich noch überstehen. Und dann im Oktober weiß ich, hey, da geht es wirklich ab. Da hatte ich hier von Juli auf Oktober eine Verdopplung. Also mehr als eine Verdopplung. Und ja, das wäre schon wieder nett. Dann wäre ich schon wieder auf dem Juni, beziehungsweise Mai Niveau. Ja, das wäre für mich ganz in Ordnung. Und dann im Dezember natürlich noch eine kleine Schippe drauf. So gut. Aber im November, ja, muss man auch sagen, gehe ich wieder ein bisschen runter an den Sales. So, soviel dazu zu dem amerikanischen Marktplatz. Und jetzt gehen wir zu meinem stärksten Marktplatz. Und zwar ist das, wie eben angekündigt, der deutsche Marktplatz. So, hier komme ich insgesamt auf 887 Verkäufen. Zu monetär knapp 2500 Euro. Und du siehst auch heute schon, ich habe unglaublich viele Kindershirts verkauft. Dazu muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Wer sich auf dem deutschen Markt so ein bisschen auskennt, der weiß, wo sich da gerade die Kindershirts sehr, sehr gut verkaufen. Ich möchte es auch nicht so einfach machen, ja. So, wir schauen mal in die Werbekosten im vergangenen Monat. Und zwar komme ich auf insgesamt 1789,18 Euro für 473 Bestellungen. Zu einem Akkost von knapp 24%. Ist ganz in Ordnung. Ich halte komplett den Schnitt. Was sich aber verringert hat, da ich gerade in einer Art Investitionsphase bin auf dem deutschen Markt. Für gewisse Nischen investiere ich gerade sehr, sehr viel und habe günstige Verkaufspreise. Also du siehst auch hier an diesem Beispiel, ich bekomme 2,07 Euro an Royalties. Ja, das ist fast nichts. Ich kann das mal ein bisschen abkürzen. Long story short. Zwar, ich sammle ganz gerne Sterne, bevor ich wirklich den Preis hier ein bisschen höher setze. Gerade bei den Kindert-Shirts muss man ein bisschen vorstiger sein mit dem Preis. Deswegen, ja, seht es mir nach. Das ist meine Strategie hier auf dem deutschen Markt mit den Kindert-Shirts. Ansonsten bin ich auch wirklich auf 19,90 Euro. Aber gerade für diese Nischen möchte ich da ganz gerne noch ein paar Sterne sammeln. So, dann gehen wir in die Analytics. Also, oder wir können uns nochmal den Vergleich anschauen zu den anderen Monaten. Stimmt, das ist eigentlich auch echt interessant. Also, vergleicht euch immer mit euch selbst, ja. Nicht mit mir unbedingt. Denn stellenweise bin ich irgendwo ein Überflieger. An anderen Stellen bist du vielleicht ein Überflieger. Ja, also es gleicht sich irgendwo ein bisschen aus. Und du siehst hier, das was ich eben meinte, diese Diskrepanz von Anzahl der Sales zu den Royalties. Bedeutet ganz einfach, dass ich hier sehr viel gerade investiere. Nicht nur in die Werbung, was du gerade gesehen hast, sondern ich, ja, bekomme weniger Royalties, weil ich hier ganz einfach einen höheren Absatz haben möchte. Aber das geht völlig in Ordnung. Falls mein Plan aufgeht, werde ich jetzt im August wesentlich mehr Geld verdienen. So, okay. Also, falls mein Plan aufgeht. Ist an sich eine schöne Steigerung. Wie gesagt, das, ja, die Anzahl ist jetzt nicht so vielsagend. Und im vergangenen Jahr hatte ich 482 Verkäufe. Und jetzt komme ich auf 887 Verkäufe. Also, auch ein bisschen besser als im Dezember. Aber Royalties natürlich wesentlich geringer. Im Dezember kaufen die Leute eh alles. Da kannst du die Preise hochschrauben. Da haben sie meistens, da haben die Kunden meistens Zugzwang. So, okay. Die Werbung habe ich gezeigt. Jetzt gehen wir wirklich in die Analytics. Und zwar den vergangenen Monat. Und danach zeige ich dir auch den Vergleich zum Vorjahr. Also, letzter Monat über alle Marktplätze komme ich insgesamt auf 1716 Verkäufe. Und jetzt zeige ich dir noch den Vergleich zum Vorjahr. Dann kann man das so ein bisschen, ja, beobachten. Und zwar, ich habe dir hier auch ganz klein noch die Return-Quoten angeschrieben. Ich hoffe, du erkennst das. Also, 2022 im Juli hatte ich 879 Verkäufe. Auf dem US-Markt hatte ich eine Return-Quote von 10%. Das ist immer gerundet. Und auf dem deutschen Markt hatte ich 6%. So, ich habe insgesamt von 2022 auf 2023 ein Wachstum in der Sales-Anzahl um 95%. Also, fast verdoppelt. Ich komme insgesamt jetzt im Jahr 2023 auf 1716 Verkäufe. Also, auf dem US-Markt ein Plus von 132%. Auf dem deutschen Markt ein Plus von 84%. Die Return-Quote ist sogar ein bisschen gesunken auf dem US-Markt von 22 auf 23. Also, hier von 10% auf 8,2%. Ich habe mehr als das Doppelte verkauft und meine Return-Quote ging auch runter. Also, US-Markt bin ich super zufrieden, wenn ich auch gerade im Sommerloch bin. So, dann der deutsche Markt. Hier ist die Return-Quote ein bisschen gestiegen. Frag mich nicht genau, warum. Ich vermute, weil ich gerade einfach mehr Kindershirts verkaufe. Ja, und Kindershirts, ich habe es jetzt öfter mal beobachtet, dass einfach zwei Größen bestellt werden. Und ein paar Tage später kommt einfach eine Größe wieder zurück. Und, ja, damit habe ich schon eine Return-Quote von natürlichen 50%. Und, ja, das ist natürlich ein bisschen bitter. Aber solange das Amazon so macht, müssen wir leider damit leben. So, das zum Vergleich. Wirklich ein schönes Wachstum, wie ich finde. Schreib mir auch gerne mal unten in die Kommentare, wie dein Wachstum ist. Gerade im Vergleich zum Vorjahr. Zum Vormonat finde ich es weniger aussagekräftig, ja. Jetzt scrollen wir noch ein bisschen weiter runter. Und zwar, ja, im Durchschnitt habe ich 55 Sales gehabt im Juli. Den besten Tag mit 61 Verkäufen auf dem deutschen Marktplatz. Acht Returns. Ja, okay. Und hier nochmal die Verteilung über die Produkte. Ja, genau. Und hier siehst du auch die Zielgruppe. 24% habe ich allein an Kinder verkauft. Und wenn wir jetzt noch weiter runter gehen und hier nach Sales sortieren, dann siehst du hier auch anhand der Länderflaggen, dass ich hier sehr viel auf den deutschen Markt verkauft habe. Und grundlegend wirklich die Seller für die Kinder waren, ja. US-Markt zieht auch so ein bisschen nach. Aber wie gesagt, das kann gerade nicht mithalten. Bin ich wirklich im Sommerloch. Schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, wie dein US-Markt jetzt läuft im Sommerloch. Ich sehe es ein bisschen in meiner Mastermind. Ist schon schwierig, stellenweise. Also gemischt. Manche konnten sich so ein bisschen steigern. Andere sind sogar ein bisschen schlechter als im Vorjahr. Ja, das beobachte ich auch immer wieder. Und ist aber schwer abschätzbar. Also ich bräuchte zumindest so einen Anhaltspunkt. Woran könnte es denn liegen? Solche Informationen, die könnten mir wirklich weiterhelfen, dass ich so ein bisschen breit das Ganze sammeln kann und mir so ein bisschen ein besseres Bild machen kann. So, natürlich Ausreißer ein bisschen rausrechnen. Ja, okay. Also du hast gerade die Verteilung gesehen meiner Sales. Eigentlich ganz interessant. Keine großen Ausreißer, also keine großen Seller. Das habe ich sowieso auf dem deutschen Markt nie so richtig gehabt. Sondern es verteilt sich so ein bisschen über verschiedene Nischen. So, dann sind wir jetzt hier in meiner Excel-Tabelle. Und hier habe ich das Ganze noch zusammengefasst. Die meisten von euch werden es schon kennen. Hier in der Spalte P habe ich das alles zusammengefasst. Also auf Merge bei Amazon oder Merge on Demand komme ich auf insgesamt einen Umsatz von 5.327,12 Euro. Spreadshirt hat ein bisschen abgebaut. 123 Verkäufe zu 278 Euro monetär. Vom ComMarkt zu vernachlässigen mit 7,70 Euro. Redbubble ist wirklich immer noch auf dem absteigenden Ast bei mir. 21,83 Euro. TeePublic 192,52 Euro. Tja, schade. Also fast die Hälfte vom Vormonat. Und davor habe ich mich auch schon mehr als halbiert. Ja, schade. Also schlechte Entwicklung. Aber ich hoffe natürlich, dass ich nächstes Jahr im Vatertag wieder ein bisschen was aufholen kann. Also gerade hier im Vergleich mit April und Mai. Da wäre ich gerne wieder nächstes Jahr. Somit komme ich auf insgesamt Einnahmen in Höhe von 5.827 Euro. Die Ausgaben kann ich auch gleich mal was dazu sagen. Und zwar, ja, Werbung und Tools. Tools sind es zum Beispiel Lazy Merge. Dann die Adobe Suite. Was hier nicht mit eingerechnet sind, sind die Reinvestitionen. Also die 440 Dollar, die ich im Moment für meinen Designer mitbezahle. Das sind 440 Dollar ca. am Monat. Deswegen, das ist hier nicht eingerechnet. Somit komme ich insgesamt auf einen Gewinn in Höhe von 2.172 Euro vor Steuern. Und jetzt hier unten nochmal schön den Tagesschnitt. Die Zahlen stimmen diesmal auch alles. Ich habe hier wirklich alles nochmal kontrolliert. Weil im letzten Video ist so ein bisschen was untergegangen. Deswegen, also hier der Tagesschnitt im Juli. Richtig schlecht. Nur 70 Euro habe ich Gewinn am Tag. Und hier musst du ja auch bewusst sein, dass wir jetzt erst noch in die Monate kommen, die wirklich lukrativ sind. Also schreib mir gerne in die Kommentare, wie es bei dir lief. Würde mich wirklich interessieren. Lass mir gerne ein Like da. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Danke und Tschüss. Tschüss.